Was ist die Definition von Metaverse? Was eigentlich gar nicht so wichtig ist und Meta sagt ja zum Beispiel, es geht um das begehbare Internet und das Wichtige ist, dass man sich präsent fühlt in den virtuellen Räumen. Das, glaube ich, ist eigentlich ausreichend und die vielen weiteren Definitionen finde ich gar nicht so wichtig. Ja, Definitionen gibt es auch viele. Also da ist auch jeder Experte in dem Bereich. Ich denke, heute sind wir noch an einem Punkt, wo sich zeigen wird, was das Metaverse überhaupt einmal sein wird, wo es hinführt. Das ist auch sehr stark von den Techniken abhängig, den Zugangswegen, die wir haben und es wird einfach viel ausprobiert. Aber für mich ist trotzdem das Metaverse die zukünftige Form des Internets. Eine Neuausrichtung der Informationsmöglichkeit, die Möglichkeit, miteinander nur zu sprechen, zu arbeiten, aber heute schon sich darauf festzulegen, so schaut es aus, so funktioniert es, das kennen wir alle noch nicht. Es wird ja auch oft darüber gesprochen, ob es ein Metaverse gibt oder verschiedene und auch da, glaube ich, es muss jetzt nicht jede Welt mit jeder Welt kompatibel sein, weil auch gar nicht inhaltlich dann so viele Berührungspunkte da sind, dass man wirklich alles miteinander verbinden muss und auch da, glaube ich, kann man recht entspannt sein. Ja, denke ich auch. Und wie du schon sagst, es gibt, wenn dann viele Pseudometaversen, eigentlich denken wir da hauptsächlich an Social-VR-Anwendungen, also Räume, wo wir uns treffen können oder kollaborative Apps, mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Und ich denke mal, irgendwann können wir mal von dem Metaverse sprechen, wenn sich diese ganzen Dinge mal untereinander verbinden, wenn wir so einfach nahtlos von einer Anwendung zu anderen springen können und gar nicht mehr wissen, ja, sind diese Anwendungen oder diese Anwendungen, sondern wir haben einfach nur Lust, zusammen Tischtennis zu spielen, dann treffen wir uns halt einfach irgendwo oder wir haben vor, irgendwas zu konzipieren, dann treffen wir uns irgendwo anders und dann sind wir, denke ich, immer in dem Moment im Metaverse auch angekommen. Einen festen Release-Tag wird es nicht geben beim Metaverse. Also es wird nicht heißen, wir kündigen an, am Ende des Jahres ist es da. Das funktioniert so nicht. Das ist ein Entwicklungsprozess und da gibt es in der Tat ganz viele Hausaufgaben, die da erledigt werden müssen. Technischer Natur und aber auch regulatorischer Natur, da müssen auch Regeln festgelegt werden, Gesetze müssen da eventuell auch überdacht werden. Standards auch. Standards, ja. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man die Menschen mitnimmt, denn sich im Metaverse zu bewegen, eben im 3D-Internet, ist etwas, was viele noch gar nicht gemacht haben und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Aber dann bietet eben das Metaverse auch die größten Chancen, denn je mehr Leute sich daran beteiligen. Genau. Wenn man so ans erste Mal denkt, wo man mal so eine immersive Technologie sich aufgesetzt hat, ja, dann ist auch natürlich ein riesiger Wow-Effekt da. Aber man ist sich auch irgendwo ein Stück weit unsicher. Was passiert jetzt dann? Wie bewege ich mich da richtig? Wie spreche ich andere Menschen oder Avatare an? Ja, das sind alles so Lernprozesse, die da erst mal stattfinden müssen, um das ganze Thema auch mal, sage ich mal, zur Normalität werden zu lassen. Dass es völlig normal ist, dass ich mich mit dir nicht hier in einem Studio treffe, sondern einfach mal in der Virtualität beispielsweise. Wichtig ist auch die Entwicklung der Avatare, denke ich. Wie fotorealistisch sind sie? Erkennen wir uns auch wirklich? Oder sind wir eben Panda-Bären oder Krokodile und können uns dahinter verstecken? Ich denke auch, dass wir große Auswirkungen haben. Der Avatar auf jeden Fall. Wie gehe ich mit jemand anderem rum? Lege ich so ein Stück Menschlichkeit ab, wenn ich plötzlich als Krokodil durch die Gegend renne? Oder wenn ich im Business-Kontext mir das überlege? Ich sitze in meiner Agentur und jetzt kommt eine Schildkröte in mein Büro rein und möchte irgendwas von mir. Das sind eigentlich so Dinge, die können wir uns heute eigentlich noch nicht wirklich vorstellen. Das sind Sachen, die entwickeln sich und da wird sich auch kulturell ganz viel tun, denke ich mal, auch im sozialen Aspekt untereinander. Also ich denke, man sollte es auf jeden Fall ausprobieren. Das ist das Wichtigste. Man kann viel über diese Dinge reden, auch gerade eben mit diesen Brillen, die wir hier liegen haben. Wenn man es nicht gemacht hat, dann versteht man nicht, worum es geht. Und wir helfen auch gerne mit als XR-Haupt Bavaria, die Leute über diese Schwelle zu tragen und jeder kann herkommen und hier bei uns Dinge ausprobieren. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Wichtigste, dass man es mal macht und dass man die Angst verliert, dass man hier unbekanntes Terrain betritt. Ja, genau. Ich glaube, viele haben einfach Angst davor, sich dumm anzustellen. Das ist aber überhaupt nicht notwendig, diese Angst zu haben. Ich denke, bei den ersten drei Zoom-Meetings hat man sich auch noch unwohl gefühlt, wusste nicht genau, wie das alles abläuft. Und so ist es jetzt hier auch mit dem Metaverse. Einfach mal machen. Ja, vor allem, es gibt auch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten. Wenn wir von dem Metaverse sprechen, kann ich das voll immassiv erleben, eben mit VR-Brillen, um einzutauchen in die Welten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, diese Dinge flach zu erleben. Ja, natürlich nicht in dieser vollen Pracht, wie wir sie in der Dreidimensionalität kennen. Ja, weil wir leben ja in der Wirklichkeit auch in der Dreidimensionalität und nicht auf dem flachen Monitor. Aber trotzdem, man kann es sich dann schon mal angucken. Man kann sich dann schon mal vorstellen, wie funktioniert das Ganze? Wie kann das aussehen, sich mit anderen Menschen zu treffen? Und wir zum Beispiel von der VR-Familie bieten da auch eine ganze Möglichkeit, eine ganze Palette an Erfahrungsmöglichkeiten an, sich mit anderen zu treffen in der Virtualität, zusammen zu spielen, Sport zu machen oder vielleicht auch ernsthafte Projekte zusammen irgendwo zu stemmen. Und da ist es eben ganz wichtig, eben, wie du schon richtig sagst, ausprobieren, sich so eine Brille mal aufzusetzen und aber auch in Kontakt zu treten mit anderen, die es schon tun, die schon längst da sind. Ja. Wir haben in der Corona-Zeit die XR Spaces entwickelt, auf der Basis von Mozilla Hubs. Das ist eine WebXR-Lösung, die eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, auch ohne Brille zugänglich ist, weil eben die meisten noch keine Brille zu Hause haben. Und auch da haben wir uns eben dafür entschieden, weil es zum einen Open Source ist und weil es eben sehr leicht zugänglich ist. Man kann selbst mit dem Handy erste Erfahrungen im Metaverse machen und das finde ich großartig. Genau. Wir haben die XR Spaces in verschiedene Kategorien gewidert, nach Verwendungszwecken. Wir haben Showrooms für Unternehmen, wir haben Bildungsräume für Bildung, Leute, Räume, um sich einfach zu treffen. Man kann in eine Disco gehen. Wir haben ein Museum of the Metaverse gebaut. Ganz interessant auf jeden Fall. Für das Festival der Zukunft vor einiger Zeit. Da kann man die Geschichte des Metaversums erleben und lernt, dass das Wort Metaverse nicht von Meta kommt, sondern eben schon 1982 im Buch von Emil Stevenson erfunden wurde und wie sich die Entwicklung eben dann weiter fortgesetzt hat. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich mitgestalten kann. Und das ist auch ganz wichtig, wirklich mit anzupacken, denn virtuelle Welten lebt von der Vielfalt. Es kann kein Unternehmen alles selbst stemmen, weil ich kann natürlich als Unternehmen, egal wer das ist, Welten zur Verfügung stellen, aber die werden ganz schnell langweilig. Das sind dann 10, 15, 20 Welten, die dann vielleicht existieren, aber es ist immer wichtig, dass solche Systeme auch die Möglichkeit bieten, selbst kreativ zu sein. Einfache Tools anbieten, damit ich mir meine eigene Welt, meine eigene Homebase aufbauen kann, mir meine eigenen Bilder irgendwo an die Wand hängen kann, ich mich dann auch in meiner eigenen virtuellen Umgebung dann wohlfühlen kann. Und das bieten viele Tools auch. Und es gibt auch die Möglichkeit, natürlich auch tiefer einzusteigen mit professionellen Tools, dann eben auch Welten zu generieren, zu erschaffen. Und da muss ich mich halt entsprechend auch informieren und einlesen. Aber grundsätzlich sind diese Systeme heute noch sehr offen und laden förmlich dazu ein, auch selbst Hand anzulegen und selbst kreativ dann auch darin zu sein. Ja, und das geht ja auch ganz einfach. Wir haben auch schon Workshops gemacht, wo wir selbst mit Mindkraft angefangen haben, Welten zu bauen, die man dann auch exportieren kann, die man dann auch in andere Tools reinziehen kann. Und das machen Schüler, das machen Schülerinnen. Ja, mit zehn Jahren kann man also schon da tätig werden. Jetzt holen wir mal die Glaskugel raus. Ich würde sagen, die Frage kommt immer, ne? Ja, ich glaube, es wird einfach ein ganz normaler Bestandteil unseres Lebens sein. Und ich habe jetzt schon mit jungen Leuten gesprochen, die gar nicht mehr unterscheiden, ob sie in der physischen oder in der virtuellen Welt Dinge erleben und einfach von der einen in die andere Welt hin und her switchen, ja, ganz selbstverständlich. Und ich denke, das ist der Weg, auf den wir uns machen. Ja, ich denke auch, dass wir heute halt natürlich das Ganze noch für sehr spacig ansehen. Ja, wenn wir uns solche Brillen auf den Kopf setzen, ja, dann schaut das vielleicht noch sehr ungewöhnlich aus. Aber ich denke immer an die Zeit zurück, wie damals der Walkman auf den Markt gekommen ist und wir auf dem Fahrrad illegalerweise mit Kopfhörer gesessen sind, ja, und rumgefahren sind. Das war damals auch komisch, ja. Und in der Zukunft wird es irgendwann normaler sein. Die Geräte werden leichter sein, werden einfacher zum Handeln sein. Die werden wir vielleicht im Alltag tatsächlich aufsitzen haben und ständig bei uns mitführen, wie das Smartphone heute. Und dadurch ermöglicht uns natürlich, diese Technologie virtuelles, digitales in unsere Realität mit rein zu integrieren. Also wir werden nach meiner Vermutung, nach meiner Voraussicht, werden wir einfach sehr gemischt leben. Wir werden nicht in separierten digitalen Welten leben, sondern wir werden digitales in unsere Realität mit einblätten und damit ganz normal interagieren, wie wir es mit echten Gegenständen heute schon tun. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ich mich auch. Wir als XR Hub haben für die freie Szene in Bayern und auch darüber hinaus ein Projekt gestartet, das nennt sich XR Stage, das ist in der Corona-Zeit entstanden. Und wir haben hier ganz konkrete Hilfestellungen angeboten, virtuelle Räume zu entwickeln. Und haben Künstler und Künstlerinnen zum Beispiel gematcht in einem Seminar an der TU München von dem Bereich Architektur, Informatik. Die durften quasi sagen, in welche Richtung sie einen Raum gestaltet haben möchten. Und dann haben die Studierenden Designentwürfe gemacht und wir haben die dann zum Schluss fertig gebaut. Und wir geben auch gerne weiter Hilfestellungen und organisieren auch Workshops, wo man solche Dinge erlernen kann. Auch nicht nur für Künstler und Künstlerinnen, sondern auch für alle, die sich dafür interessieren. Und wir haben die Studierenden Designentwürfe gemacht.